Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mache ich mal eine Sache, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, nämlich was ganz Einfaches, was sehr viel Handarbeit erfordert. Vielleicht habt ihr es im Titel der Sendung schon gesehen. Ich mache kandierten Ingwer. Und das ist halt für diesen Podcast aus zweierlei Hinsicht spannend, weil ich dieses als Zubereitungstechnik das kandieren hatten wir halt so noch nicht. Das kann man im Grunde dann vom Ingwer auch auf alle Arten von Obst anwenden. Ist zwar jetzt noch eine Weile hin, bis man wieder viel ernten kann im Garten und dann diesen Überfluss hat und vielleicht dann auch über verschiedene Arten nachdenken muss, das zu konservieren. Aber der Ingwer, der war jetzt hier gerade in meinem lokalen Supermarkt im Angebot. Der kostet hin und wieder mal nur die Hälfte und da kaufe ich dann etwas mehr. Der Ingwer hält sich ja so auch ganz gut. Von daher kann man sich da auch mal so ein paar von den Knollen hinlegen. Und der kandierte Ingwer ist einfach so eine Nascherei, die man auch mal so machen kann. Und wenn man von Menschen weiß, dass die Ingwer mögen, ist das halt auch eine schöne Geschenkidee. Da kommen wir sicher nachher auch noch auf verschiedene Varianten. So, und da ich jetzt hier so circa anderthalb Kilo Ingwer habe und da doch erstmal die Schale abmachen möchte, kann ich euch ein bisschen was erzählen. Früher habe ich das mal als eigene Rubrik gehabt, Stand der Dinge. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich rücke so ein bisschen davon ab, für jeden Furz und Feuerstein eine eigene Rubrik zu eröffnen. Und das ist eben auch jetzt das Thema. Da würde mich auch eure Meinung interessieren, die Rubriken. Also das, was ich aktuell gemacht habe, das habe ich ja jetzt gerade wieder eine Reihe abgeschlossen, so Themenreihen zu machen. Und zwar dann immer in jeder zweiten Folge. Die Überlegung dahinter war eben, dass ihr, wenn jetzt jemand diesen Podcast ganz gerne hört, aber jetzt ich zum Beispiel, wie ich das schon gemacht habe, zum Thema chinesische Küche eine Reihe mache und dann fünf oder sechs Folgen gleich hintereinander machen würde. Und jemand sagt jetzt, ach, chinesische Küche ist so gar nicht meins. Das interessiert mich gar nicht oder mir wird da schon übel, wenn ich dazuhöre, um es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Dann wäre das natürlich ein bisschen doof, wenn dann praktisch fünf, sechs Mal hintereinander in diesem Podcast was da kommt und diese Personen oder Personen dann eben nichts davon hat oder dann so geschätzt über einen Monat oder zwei dann eben diesen Podcast nicht anhören kann. Darum habe ich das so ein bisschen verstreut auf jede zweite Folge, sodass hoffe ich zumindest immer für jeden was dabei ist. Aber trotzdem, ich habe ja auch schon mal in einer anderen Folge auf die Probleme hingewiesen, die das mit sich bringt, nämlich, dass ich dann durchaus schon Dinge fertig habe, die ich dann aber nicht senden kann, weil ich dieses Konzept verfolge, wo halt, wo ich mich dann doch immer auch frage, ob diese Gedanken und diese Ideen, die ich dahinter, die dahinter stecken und diese Annahmen, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das irgendjemandem was bringt oder ob ich da eben, ob das eigentlich egal ist. Also das wäre eine Sache, da würde mich eure Meinung interessieren. Wäre das was für euch, dass ich weiterhin Themenreihen mache? Soll ich die lieber geschnitten oder am Stück, also verteilt oder alle hintereinander senden mit dem Risiko, dass wenn das Thema dann halt für einige von euch nicht interessant ist, dass ich, dass dann halt mal fünf, sechs Folgen hintereinander kommen, die eben eher unspektakulär sind oder die ihr euch dann eh nicht anhören würdet. Eine andere Möglichkeit wäre eben, dass ich jetzt einfach wieder so, so wie ich einfach mal angefangen habe, so frei nach Schnauze Sendungen produziere und die dann einfach, die, die fertig sind, einfach raushaue. Vielleicht schon, das habe ich mir jetzt so angewöhnt, schon so eher im Wochenrhythmus und dann nicht irgendwie eine Woche mal drei oder vier hintereinander, sondern dass ich, wenn ich halt ein paar Sachen mehr produziere, das dann so einrichte, dass das dann aktuell habe ich das jetzt glaube ich auf dem Samstag, dass das dann immer samstags kommt. So halt. Aber dann immer mal was anderes. Kann auch mal sein, dass dann ein paar Sachen thematisch zusammenhängen. Ich habe das ja in meiner Folgenplanung da auch so vorgesehen. Manche Sachen sind ja auch so, dass sie gut zusammenpassen und dass man darauf verweisen kann. Aber wie gesagt, dieser Effekt eigentlich, dass dann, dass ich nicht weitermachen kann, weil ich hier unsichtbare Regeln für mich definiert habe, das ist ja eigentlich irgendwie Quatsch und eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders so. Naja, gut, das waren so ein paar Gedanken, die mich jetzt hier in der Vergangenheit mal so umgetrieben haben oder wie heißt das, wie sagt man das? Glaube ja. Dann ist noch was Schönes passiert. Ich habe eine, beziehungsweise nicht nur ich, sondern Vicky und ich haben eine Audiopostkarte bekommen und zwar, jetzt ist das schon eine Weile her, dass ich die gehört habe. Hoffentlich erzähle ich da jetzt keinen Unsinn aus London, aber auf jeden Fall von der Lara, der Auslandsschweizerin. Die macht im Moment, ich weiß nicht, ob das jetzt schon diese große Reise zu Ende ist. Auf jeden Fall ist sie mit der ganzen Welt unterwegs, aber wenn sie das nicht ist, ist sie wohl auch in Deutschland als Schweizerin. Und ja, das ist so eine ganz schöne, schöne Sache. Also wir, Vicky und ich, das sage ich mal erst, bevor ich jetzt wieder hier ins Plaudern gerate, haben uns natürlich sehr gefreut. Und London passte natürlich auch gerade zu der damals aktuellen Folge. Da hatten wir gerade die Scones oder Scones gebacken und das gehörte ja nun auch zur englischen Küche. Vielleicht war dann auch die Assoziation so, dass die Lara dachte, da melde ich mich doch mal bei den beiden. Ja und zu der Audio-Postkarte, wer jetzt nicht so viele Podcasts hört, das ist im Moment so in Mode, kommt so ein bisschen auch aus der Szene der Persönlichkeits-Podcaster, also diejenigen, die dann hauptsächlich aus ihrem Leben erzählen. Natürlich auch ein bisschen was über ihre Hobbys und Interessen. Da hat sich das so ein bisschen eingespielt, dass man sich gegenseitig diese Audio-Postkarten, ja jetzt komme ich auch schon in diesen Versprecher, man sagt dann meistens auch gerne Podkarten zuschicken. Und naja, es ist eine schöne Sache. Auf jeden Fall, vielleicht mache ich das auch mal. Ich habe auch durchaus mal mit dem Gedanken gespielt, dass die Sachen, die ich gerne höre, dass ich da mal Feedback gebe und zwar dann auch, weil ich es kann, in Tonform und ja, könnte ja gespannt sein. Vielleicht tauche ich dann irgendwann unerwartet in irgendeinem Podcast auf, den ihr dann auch noch hört. Ja, also vielen Dank, Lara. Ich werde natürlich den Audio-Kommentar ans Ende dieser Sendung dranschneiden. Dann könnt ihr eben auch mal hören, was die Lara uns da so aus London erzählt hat. Auch das macht man so. Das wird so gemacht. Und vielleicht dann verschicken, verschicke ich oder verschicken Vicky und ich da auch mal solche Postkarten. Gut, was habe ich noch? Achso, ein Thema war noch, war mir noch wichtig. Ich hatte jetzt angefangen, das wird keinem aufgefallen sein, zumindest hat sich niemand beschwert, so die frühen Folgen des Hobbykoch-Podcasts zu depublizieren. Klingt jetzt erstmal schlimmer, als es ist. Sprich, ich habe die erstmal von meinem Online-Speicher runtergenommen. Zum einen, weil in dem Fall kostet mich das Geld und da ist es halt eben nicht nötig, dass die Dateien herumliegen, weil meistens hören ja die Menschen dann auch immer nur die aktuellsten Folgen. Und wenn jetzt der Fall wäre, dass jemand sagt, ah, ich möchte jetzt wirklich alles hören von Kai und von Vicky und vom Hobbykoch-Podcast, gibt es immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel auf YouTube. Da müssten eigentlich alle Folgen liegen. Im Blog findet ihr auch einen Link dahin. Also ich habe ja so ein paar, eine Handvoll von Koch-Videos auch gemacht. Das ist natürlich vom Aufwand her nochmal riesig mehr. Darum gibt es halt eben nicht so viele davon, weil ich dann eben hier alles auf- und umbauen muss und vorbereiten und schön und hier und da. Und sonst kann ich hier auch mal in eine unaufgeräumte Küche gehen und da vor mich hinwerkeln. Und das stört euch dann nicht, also mich dann auch nicht, dass ihr dabei seid, weil ihr das Chaos da rundherum dann eben nicht seht. Aber es gibt eben auch eine Playlist, die ich angelegt habe, wo alle Audio-Podcast-Folgen drin sind. Meist dann auch schon mit einem schönen Titelbild. Das ist also fast noch schicker als hier im Player, wo ja immer nur das Logo drin ist. Und das, ja, man kann das jetzt ja in dem Auphonic, was ich auch nutze, zum Veröffentlichen der Folgen und zum Nachbearbeiten, kann man das so einstellen, dass es gleich dahin gesprüht wird. Aber eben der Grund auch war, weil, dass ich eben Dinge, die ich so ganz am Anfang vor mittlerweile, glaube ich, fünf Jahren, ich weiß es gar nicht genau, gekocht und so gekocht habe, mittlerweile anders mache. Nicht unbedingt besser, aber anders. Und einige Sachen, ja, auch nicht nur was das Kochen angeht, was ja das Wesentliche ist hier als Thema, sondern auch das Podcasten an sich. Das hat ja nun einige Wandlungen vollzogen, sowohl was meine Ausstattung anging, als auch die, ja, die Umsetzung, auch die, die Art, die Folgen zu gestalten. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache, dass man am Anfang, gab es ja noch das Flatter, das gibt es zwar immer noch, aber das ist ja so ein bisschen aufgrund der sehr brutalen Änderungen, die da immer wieder mal durchgezogen wurden, ist das so ein bisschen ins Abseits geraten. Wie auch immer, da war es dann halt üblich, dass man in den Sendungen auch um Flatter-Spenden gebeten hat und das mache ich mittlerweile ja gar nicht mehr. Also ich freue mich natürlich immer noch, wenn ihr mir irgendwo was spendet oder zukommen lasst oder zuschickt oder wie auch immer, aber dieses am Anfang dieser Traum, dass man jetzt da reich wird oder beträchtliche Geldmengen einspielen kann, wie das nur wenige in Deutschland geschafft haben, da muss man sich einfach mal davon trennen und mittlerweile finde ich es dann halt auch doof, also weil es halt auch so eine Sache ist, die, ja, die eigentlich eher so ein bisschen peinlich ist, dann immer da um aufzurufen, da doch mal was zu spenden und dann, naja. Das heißt, die Sendungen an sich sind nicht weg, die Themen werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal aufgreifen und dann eben in einer aktualisierten Form euch präsentieren. Sprich, also am Anfang habe ich ja auch gar keine Rezepte aufgeschrieben, also mache ich heutzutage auch manchmal nicht, weil ich einfach zu faul bin oder weil ich mir das irgendwie so zusammengesucht habe und dann eben eher die Sendung veröffentlichen möchte. Hat es bisher auch keine Beschwerden gegeben von euch, dass da irgendwas nicht da war, was ihr gerne als Rezept gehabt hättet. Manchmal, wenn die Sachen auch so einfach sind, dass man nur drei Zutaten hat, die man dann schält, kocht und so weiter, dann schätze ich euch auch so ein, dass ihr das ohne Rezept hinbekommt. So halt. Aber auch was die Fotos angeht und all dies und das und alles spricht also einiges dafür, dass man das dann später nochmal neu macht. Und ja, so viel vielleicht dazu. Ihr könnt ja auch dazu gerne mir eure Meinung mitteilen, wenn ihr sagt, oh schade, ich fand es besser, dass das alles auf einer Seite zusammen war. Es hat ja sicher auch Vorteile, aber wie gesagt, ich finde, also wenn man sich da weiterentwickelt oder verändert über die Zeit, dann kann man das durchaus auch mal alte Sachen mal von sich von alten Sachen trennen, soweit. Genau. Genau. Über die Rubriken hatte ich schon gesprochen. Es wird sicher noch Rubriken geben, beziehungsweise Themen, die ich früher in bestimmte Rubriken verpackt habe. Aber dieses jetzt für jede für jede Kleinigkeit nochmal ein extra Logo entwerfen und was ich da alles für Spiränzchen am Anfang gemacht habe, das werde ich sicher nicht mehr machen, sondern dann gibt es das halt und man wird das dann am Titel ablesen können, wenn das jetzt ein Gesprächsformat ist, wenn ich da jemanden mal interviewen durfte oder sowas. Aber wir machen da jetzt nicht mehr noch 68 verschiedene Schubladen auf und wer weiß was. Ich hoffe, auch das ist in eurem Sinn. So, also was jetzt so Plauder-Themen angeht, was den Hobbykoch-Podcast angeht, bin ich soweit mit meiner Themenliste durch. Ich habe jetzt auch sehr wortreich erzählt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Ingwer schälen, das ist doch schon eine ganze Menge und Ingwer ist ja nun auch nicht so wie eine Kartoffel rund, sondern hat überall so kleine Winkel und Ecken und Fingerchen, die da rausgucken. Man kann das zwar dann so grob sich noch zerteilen, damit man eben ein bisschen mehr Übersicht hat, wo man noch schälen muss, aber es ist doch eine ziemliche Fizzle-Arbeit. Aber dann werde ich den Ingwer in Scheibchen schneiden. Ich beschreibe euch das jetzt einfach mal. Ich glaube so, dass ich jetzt da gleich noch mal einen Schnitt mache oder so, das tut nicht Not. Aber in dünne Scheibchen mit einer Küchenreibe oder Küchenmaschine muss ich gleich mal sehen, ob ich hier die Küchenmaschine einfach aufstelle. Das geht dann doch noch ein bisschen schneller als mit der Handreibe. Und dann wird das ein paar Minuten gekocht. Ich mache das im Dampfdrucktopf. Im Prinzip reicht es da dann, die Sache einmal aufzukochen. Mit so viel Wasser übrigens, dass es vielleicht gerade so bedeckt ist. Und dann kommt Zucker dazu. Und zwar eine ganze Menge. Aber nicht alles auf einmal. Also man kann so grob rechnen, eins zu eins, wenn man jetzt wenn man jetzt einen Liter braucht, um das Ganze zu bedenken, dann gibt man in mehreren Zügen dann verteilt ein Kilo Zucker dazu. Und dann lässt man das auch in diesem Zuckersud erst mal stehen. Und am nächsten Tag kocht man das noch mal auf. Beziehungsweise gibt vorher noch mal eine Tasse Zucker dazu oder so ein paar hundert Gramm. Ich würde das jetzt so in zwei Zügen machen. also einmal 500 Gramm und nochmal 500 Gramm. Wenn das mit der Menge passt, sonst nehme ich natürlich auch mehr Wasser und mehr Zucker. So. Und dann kann man noch zugeben Salz ein bisschen. Was ja ein ganz schöner Kontrapunkt gegen das viele Zucker ist. Dass man also auch noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen was dem entgegengesetzt wird. Und ich habe hier Bio-Zitronen gekauft. Da werde ich dann auch etwas Saft zu geben. Auch nicht ganz am Anfang, weil wenn man den Zitronensaft da so ewig zerkocht, dann schmeckt der ja irgendwann auch nicht mehr so frisch und fruchtig. Dann hat die ganze Aktion auch also dann kann man auch was weiß ich Essig reintun. Kann man so oder so auch. Aber ihr versteht. Also wenn man den Zitronengeschmack haben will, dann gibt man die gleich jetzt nicht am Anfang den Saft dazu. So. Und dann kann man hat man zwei Produkte erstellt. Dann nimmt man die Ingwerstücke oder Scheibchen raus und kann die trocknen. Man hat dann kandierten Ingwer. Man kann das dann nachher auch noch in Puderzucker wälzen, damit die wenn man es dann in ein Gefäß tut zum Aufbewahren, nicht alles aneinander klebt. Kann man die noch mal ein bisschen mit Puderzucker bestäuben oder auch mit Kristallzucker, wenn man das jetzt nicht so schischi machen will. Auf jeden Fall hat man das. Das kann man dann übrigens auch noch mit Schokolade zum Beispiel überziehen. Das gibt es ja auch so zu kaufen. Kandierter Ingwer dann mit Bitterschokolade oder auch weißer Schokolade, was euch da besser gefällt. Das ist dann eben auch mal besonders schön, wenn ihr das als Geschenk vergeben wollt. Und dann habt ihr natürlich noch einen Ingwersirup, der den die volle Power des Ingwergeschmacks auch noch in sich hat. Und wenn ihr zum Beispiel dieses Ginger Ale mögt, was man so kaufen kann im Supermarkt meist, also diese Brause, die im Grunde mit ein bisschen Ingwergeschmack, dann probiert doch mal diesen Ingwersirup, wenn ihr das hier auch macht, mit Sprudelwasser zu mischen. Dann habt ihr nämlich ziemlich was ähnliches, vielleicht sogar was besseres, weil ich habe den Eindruck, dass der Sirup, aus dem dieses Ginger Ale gemacht wird, dass der ganz schön brutal erhitzt wird. Und dann hat der Ingwer halt nicht mehr diese frische Note, sondern eher nur noch so Ansätze des Aromas. Man kann also, wenn man das hier vorsichtig kandiert und eben nicht zu lange zu hoch erhitzt, hat man dann auch einen Sirup, der noch so ein bisschen was von der Spritzigkeit des Ingwers hat. Übrigens, den Ingwer muss man nicht in Scheibchen schneiden, das ist nur eine Sache, die von der Verarbeitung her, glaube ich, so am einfachsten ist. Man kann natürlich auch mit einem Küchenmesser oder einem entsprechenden Werkzeug Stifte schneiden, dann hat man eben entsprechend ja Ingwer Stifte. Auch die, also die kann man dann zum Beispiel auch besser mit Schokolade überziehen, weil, oder auch so Würfelchen, wobei die Würfelchen, also wenn ihr so Spielwürfel große Ingwer Würfel habt, die werden dann doch tendenziell eher mal etwas hart, also weil man sie ja dann auch trocknet und so, das ist dann von der Masse her und vom Kauen her ist es dann nachher nicht so schön, sondern eher kompakt und da muss man dann gut kauen. Und vor allen Dingen, wenn der Ingwer halt nicht so ganz jung ist, sondern man hat so größere Stücke, dann sind ja meistens auch noch so feine Fasern darin, das heißt auch das könnt ihr umgehen, indem ihr einfach Scheiben schneidet, weil diese feinen hölzernen Fasern, die in den Ingwer Knollen drin sind, die zerkleinert man im Grunde dann ja auch schon, wenn man Scheiben schneidet. So, jetzt habe ich euch alles gesagt, jetzt freue ich mich darauf, eure Rückmeldung zu erhalten und natürlich wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du. Hallo Kai, hallo Vicky, ihr seid meine allerletzte Audiobusgrade, die ich auf meiner kleinen Mini-Weltreise verschicke und zwar bin ich zurzeit in London, in der Nähe von Victoria Coach Station, also wo die ganzen großen Busse wegfahren und das ist auch in der Nähe von Westminster, wo also das Parlament ist. Ich habe gerade eure letzte Folge, also eure frohe letzte Folge über die Sconce gehört, das hat mich sehr gefreut und da musste ich an meine erste eigene Begegnung von Sconce denken. Ich kannte sie, ich kannte sie das erste Mal hierher, kam nach England, aber ich habe hier das erste Mal in England, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, habe ich das erste Mal Clothed Cream gegessen. Da haben wir so Scouts gekauft, aus dem Supermarkt und auch ein bisschen was in Marmelade und Clothed Cream und ich habe die Clothed Cream so sehr gemocht, dass ich am Ende so viele Scouts gegessen hatte, bis ich kurz vorm Platzen war und ich die Clothed Cream am Ende nur noch ausgelöffelt habe, weil einfach keine Sconce mehr übrig war und ich mochte das so sehr, ich konnte gar nicht aufhören. Aber ja, es hat mich immer sehr gefreut, eure Folge zu hören und weiter so, auch wenn ich euch wirklich erst das erste Mal gehört habe, auf jeden Fall sehr sympathisch und macht weiter so und liebe Vicky, ich kann absolut verstehen, dass du nicht gerne Rosinen hast. Das mochte ich auch nicht. Mittlerweile finde ich es im Gebäck, ist es ganz okay, aber auch erstzeitig wachsen geworden bin. Als Kind mochte ich Rosinen auch nicht, das war nie. Aber ganz liebe Grüße nach Deutschland von der Lara aus London. Tschüss!